Finale, hoho, Finale, weil wir im zwölften Teil angekommen sind, dem letzten Level von der App Playmobil Princess. Pandido Gaming, Matt hat wirklich alle Level durchgespielt, alle Levels haben wir geschafft und wir geben jetzt auch nochmal am Ende ordentlich Geld aus, also Münzen, Spielmünzen, nur virtuell gesehen alles. Und ja, ich hole mir jetzt nochmal alles, was wir haben, Feenwald haben wir, ach ne, Feenwald müssen wir noch spielen, eine strahlende Quelle kann ich mir noch reispielen. Ha, schaffe ich das alles, wir machen jetzt ein Finale, ich sag euch das. So eine Plamage wie beim letzten Mal, ne, das mache ich nicht nochmal, als ich da wirklich diese Reihenfolgen da von den Kristallen nicht hinbekommen habe. Mensch, das sitzt mir noch im Knochen, aber peinlich ist es auch nicht, mein Gott, das ist menschlich, das kann mal passieren, Punkt, Punkt, das ist auch ganz schön viel auf einmal, ne? Ne? Das muss ja auch schwieriger werden, ne? Es muss ja immer eine Steigerung im Level geben. So. Also, wir haben es, ihr habt es gesehen, ich habe mir jetzt auch die neue Feenwild, ich habe mir die blaue, die hatten wir ganz am Anfang schon mal, habe ich mir jetzt wieder ausgesucht. Ich dachte, zum Ende hin machen wir nochmal, gehen wir wieder back to the roots, wie man so schön sagt, also zurück zum Anfang. Aber diesmal nur in Form dieser Spielfigur und ich hoffe, mit der schaffen wir ein fulminantes Finale. Okay. So. Zack. Und nochmal. Zack. Ja, jetzt habe ich alle vier Kristallen. Mal noch schnell ein paar Pünktchen holen und dann gucke ich mal, wo ich wieder was freispielen kann. Da ist das Erste, da kann ich mir ein paar Blüten drauf zaubern. Aber nur wenn ich alles richtig mache. Ach, guck mal, jetzt täuschen sie mich wieder an. Jetzt fangen sie wieder langsam an, ja, dass ich nur vier Folgen, also nur vier Diamanten richtig nachspielen muss. Und ich wette, wenn ich da oben schon auf dieses 1 von 14 schaue, dass ich dann noch viel steigere. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal 1 von 4, dann 1 mit 5, dann mit 6. Oh je, oh je. Gott, ich habe das gerade blind gemacht. Jetzt nach Ton. Guck mal, ob das... Ah! So, wie hat das funktioniert? Ich habe sogar in Folge, diese, weil ich jetzt wirklich diese ganzen Levels nacheinander durch mitgespielt habe, habe ich jetzt echt diese Töne gelernt. Das ist ja unfassbar. Ich habe am Anfang noch diese Strategie hatte, ey, wir machen nur die Farben. Jetzt habe ich es echt nach dem Ton geschafft. Oh, ich traue mich nicht nochmal. Nicht, wenn jetzt so viel kommt. So, jetzt habe ich es sogar mit Reden geschafft. Sehr gut. Ähm, aber das ist ja cool. Oh, blind. Blind nur nach Gehör. Nee, aber sicherer, also es ist für mich zumindest auf jeden Fall, wenn ich mir auch die Farben anschaue. Ich glaube, das ist besser. So, durch den Regenbogen. Durch die Regenbogenwand, das Regenbogentor. Da haben wir wieder ein erstes Kristall freigeschaltet. Ich habe mir inzwischen, wenn ich mir das da oben anschaue, auch schon wieder dieses Kapital an Münzen zusammengespielt, was ich letzt noch ordentlich rausgauen habe. Also wir sind wieder bei ungefähr 6000 Münzen. Könnt ihr jetzt also zum Ende nochmal schön einkaufen. Virtuell, nur in der Feenwelt. Ja, könnte ich machen. Mal sehen. Erstmal will ich euch ja hier nochmal schön zeigen, dass ich gut gelernt habe, dass ich eine Rima-Fehel bin. Und, ähm, ja, das letzte Level auch schön freispiele. Final auch nochmal positiv zu bemerken, es kam wirklich kein einziges Mal irgendein Pop-up, dass der, ups, aufgeploppt ist und mir gesagt hat, oh, ich kaufe das und das. Nö. Das ist eine wirklich reine App, die einfach nur bunt und fröhlich ist. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich finde es schön. Ich finde das wirklich eine schöne Sache. Wird da nicht so abgelenkt. So, komm, Fee. Wir sind jetzt sogar richtig schnell, ich weiß das. Das wird jetzt, das wird jetzt ganz schnell und super. Ha, auf einen Schlag lasse ich alles hier blühen. So, vierter Kristall, haben wir noch den fünften. Und dann kann ich doch hier, oh, den Baum und das Pflänzchen da wieder freispielen. Okay, blau, gelb, grün, grün, gelb, blau. Das war einfach, einfach so. Zack, ne? Und da. Okay, nochmal. Okay, lila. Rot, gelb, gelb, grün, ne? Nee? Warum? Ach so, habe ich rot vergessen? Hm, Misti, nochmal. Grün. Rot, lila. Lila, ne? Ah, es sind schon wieder zu viele. Ja, das schon nach dem vierten. Okay. Oh, doch. Ich kann gar nicht mehr. Das macht mich so aufregend. Und, ach Gott, erst fünf von allen. Na ja. Können wir gerne mal richten, wie das bei euch läuft. Läuft's besser? Kommt ihr schneller voran mit dem Merken? Also, ich weiß nicht. Übrigens, habt ihr denn eigentlich diese Feenwelt als echte Playmobil-Figuren zu Hause? Weil ich hatte ja schon mal gesagt, aber man kann ja wirklich jetzt einfach das auch zu Hause nachspielen. Man kann selber seine kleinen Feen nehmen, die durch den Wald mit den Spielfiguren das einfach nachspielen. Und das kann man dann auch wirklich gut mit nach draußen nehmen, wie ich letzter noch meinte. Also, wir spielen drin vielleicht unsere App. Und dann draußen bei schönem Wetter laufen wir mit den wirklichen Plastikfiguren rum und lassen sie durchs echte Gras hüpfen. Ja, okay, warte. Das krieg ich, glaube ich, hin. Ja, nee. Aber ich dachte, das war in Ordnung. Blau, Gold, Grün, Blau, Grün. Ja, stimmt. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie gesagt, aber es ist tatsächlich so. Oh, wenn ich mich verspiele... Wartet. Okay, Blau, Grün, Blau, Rot. Ach, nee, Grün, Rot. Wenn ich mich verspiele, ist es so, dass ich nicht nur mal beim neuen Durchlauf... Also, ich darf ja immer noch mal wiederholen, neu versuchen, aber dann kommt nicht noch mal die gleiche Melodie, ist euch jetzt nicht aufgefallen, sondern eine neue, was es wirklich wahnsinnig schwierig macht, weil du denkst, okay, jetzt habe ich mir gerade die eingeprägt, wahrscheinlich einen kurzen Fehler gemacht, aber den weiß ich jetzt. Und dann tust du Kuchen. Dann kommt einfach noch mal was Neues und muss wieder ganz von vorne anfangen. Also, die Gehirnzellen werden hier auf jeden Fall angestrengt. Aber es ist ja, ich meine, es ist immer super. Aber es ist immer super, wenn ich hier gefordert werde. Ach, guck mal, Pegasus, die spiele ich frei, sobald ich wieder ein paar Kristalle gesammelt habe. Ich kann noch nicht da... Ist noch was? Aber ich würde es echt gerne noch schaffen, in diesem Teil, dass ich alles frei spiele. Ich wollte auch ganz schnell und zackig sein. Ich kriege das hin. Komm schon. Oh, nee, sorry, kann ich noch nicht frei spielen? Oder vielleicht doch? Kann ich eigentlich auch mit drei minzen? Nee, ich glaube, ich brauche mehr. Gucken wir mal auf da... Oh, da sind ja noch einige Kristalle. Ich meine... Schatz drum. Irgendwann wird doch ein Kristall versteckt sein. Ich nenne das jetzt immer Befreien von Gegenständen. Weißt du das eigentlich so? Befreien? Ja. Na, ich meine, ich kann Pegasus, diese Pflanze und den Baum immer frei spielen. Okay, Konzentration. Blau, Gelb, Lila war am Ende. Ja, warum? Doch, ach, nochmal. Oh, da hatte ich aber Glück. Uiuiui, da hatte ich aber wirklich Glück. Ich habe mir einfach nur gemerkt, ja, Lila kam am Ende. Dann war ich irgendwie noch nicht fertig. Probierst aber nochmal. Oh, hat funktioniert. Ei, 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 sehr schön. 8 von 14. Oh, ich das noch schaffe. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Los. Gelb, Blau. Okay, Gelb. Gelb, Blau. Und Gelb am Ende. Oh, jetzt läuft es aber. Seht ihr? Wollt euch ja auch versprechen, dass ich das schaffe. Aber versprechen natürlich lieber nichts. Aber ich gebe mir zumindest ganz, ganz doll Mühe. Und jetzt klappt es gut. Schön konzentrieren. Ui, 3, 4, 4. Oh, Wahnsinn. 4-mal Lila oder 3-mal? 4-mal doch. Danke, liebes App-Spiel, dass du es mir nochmal kurz ein bisschen einfach machst zum Ende. Aber jetzt finde ich einfach keine Gegenstände mehr, die ich befreien kann. Nein, wo sind sie denn alle? Warum sind sie sich versteckt? Oh Mann, es tut mir jetzt wahnsinnig leid. Ich finde keine mehr. Nein. Und jetzt spielen wir schon so lange, wir haben gerade schon bald neun Minuten rum hier. Na gut. Sorry, Leute. Ich habe aber wirklich alles gegeben. Und ich glaube, ich habe in der Zeit, ich war noch nie so gut wie in diesem Level. Werd es sicherlich auch noch schaffen. Ich denke ja auch. Eins steht ja auch noch aus. Das dürft ihr jetzt ganz alleine zu Ende spielen. Und mir im Nachhinein gerne berichten, wie es war. Und wir teilen dann unsere gemeinsamen Erfahrungen. Lasst mir Kommentar, Daumen. Oder eure Liebe und Grüße da. Mua!